CIA im Netz, Verleger fordern Adblocker-Verbot und heißer Bürostuhl. Willkommen zum Wochenrückblick von golem.de. Mein Name ist Tobias Kölsch. Wikileaks hat wieder zugeschlagen und 9000 Dokumente über den US-Geheimdienst CIA veröffentlicht. Den Dokumenten zufolge soll die CIA aus dem Generalkonsulat der USA in Frankfurt heraus ein Hackerzentrum betreiben, das Operationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika durchführt. Außerdem hat der Geheimdienst offenbar zahlreiche Werkzeuge entwickelt, um die Überwachung von Zielen zu ermöglichen. Darunter Fake-Viren-Scanner und Exploits für Fernseher und Smartphones. Dabei handelt es sich jedoch meist um spezialisierte Werkzeuge, die zur zielgerichteten Überwachung geeignet sind. Die Auswirkungen für normale Nutzer sollten also gering sein. Bis zum Jahr 2025 soll Deutschland ein flächendeckendes Gigabit-Netzwerk bekommen. Damit ist allerdings nicht ausschließlich der Ausbau von Glasfaser gemeint. Bundesminister Dobrindt bezieht auch das kommende 5G-Mobilnetz ein. Das Silicon Valley-Startup Avigand entwickelt ein eigenes Augmented Reality-Headset, das auf der Lightfield-Technologie basiert. Anders als bei Microsofts HoloLens sollen Nutzer verschiedene Ebenen fokussieren können. Im Streit um den Einsatz von Werbeblockern rufen die Verlage nach dem Gesetzgeber. Dazu verwenden sie teils hanebüchene Argumente. Haben Adblocker wie Adblock Plus zum Wahlsieg Donald Trumps und zum Brexit beigetragen? Das behaupten die nordrhein-westfälischen Zeitungsverleger. Die Anzeigenverluste durch Werbeblocker schränkten ihren Aussagen nach die traditionellen Medien ein. Dadurch nutzten die Menschen mehr Angebote von Bloggern und sozialen Netzwerken. Ein Adblocker-Verbot soll auch erforderlich sein, um die Integrität von Nachrichten und Anzeigen zu garantieren. Ende dieses Jahres könnte ein wichtiges Urteil des Bundesgerichtshofs in dem Dauerstreit fallen. Einem Spam-Netzwerk wurde ein falsch konfiguriertes Backup zum Verhängnis, das alle Details der Operation verriet. Ein Sicherheitsforscher konnte unter anderem 1,4 Milliarden E-Mail-Adressen finden. Ob es strafrechtliche Konsequenzen gibt, ist aktuell noch nicht bekannt. Nintendos Switch ist gut gestartet, die Konsole ist fast überall ausverkauft, der Absatz höher als beim Start der Wii U. Das dürfte vor allem am Launch-Titel Zelda liegen, das mittlerweile sogar, weder besonders legal noch stabil, auf einem PC im Emulator läuft. Wir haben Breath of the Wild auch auf der Wii U gespielt. Das ruckelt zwar, ist aber trotzdem eine gute Alternative für Gamer ohne Switch. Microsofts Cloud-Plattform Azure und Windows Server sollen demnächst auf ARM-Prozessoren laufen. Qualcomm entwickelt dafür den ARM-Chip Centric 2400. Wer ein warmes Büro sucht, muss nach Österreich. Kühl ist es hingegen in Luxemburg. Das und mehr hat unser Mitmach-Projekt ergeben, bei dem uns rund 1400 Leser ihre Bürotemperaturen übermittelt haben. Viele davon sogar über mehrere Monate. So haben wir auch herausgefunden, dass die Bürotemperatur im Mittel tagsüber 25 Grad Celsius beträgt. Unsere Auswertung beschränkt sich derzeit auf den Frühling und den Sommer 2016. Mitte dieses Jahres wollen wir eine weitere Auswertung für Herbst und Winter vornehmen. Forscher aus der Schweiz haben einen neuen 1-Atomspeicher entwickelt. Er nutzt Holmium-Atome als Informationsträger. Die Wissenschaftler wollen die Technik weniger als Datenspeicher, sondern eher für wissenschaftliche Versuche benutzen. Bolivien ist ein spektakulär schönes Land. Woher wir das wissen? Aus Ghost Recon Wildlands. Da bekämpfen wir Drogenkartelle nämlich auf den Hochebenen und Salzseen des südamerikanischen Staates. Und das macht grafisch durchaus Lust auf Echtweltreisen. Hoffentlich mit weniger Feuergefechten als in Wildlands. Dessen Action hat uns im Test allerdings auch längerfristig Spaß gemacht. Das war der Wochenrückblick von Golem.de. Bis zum nächsten Mal.